In diesem Video möchte ich Ihnen didaktische Einsatzszenarien für Blogs und E-Portfolios vorstellen. Das Video soll vor allem Lehrende ansprechen, die planen, diese Funktionen in ihrer Lehre einzusetzen. Im Studium ist es für Studierende manchmal ziemlich schwierig, den Überblick zu behalten. Das gilt nicht nur für Verwaltungsangelegenheiten, sondern vor allem auch für Studieninhalte. Zwar sind die Inhalte durch die Modularisierung viel mehr vorstrukturiert als früher, allerdings können Lernende schnell den Überblick verlieren bei den vielen Inhalten und Kompetenzen, die von Ihnen am Ende eines Studiengangs gefordert werden. Zumal, wenn Sie wissen möchten, wann im Laufe Ihres Studiums Sie welche Kompetenz entwickeln sollen. Sowohl Blogs als auch E-Portfolios bieten die Möglichkeit, die eigenen Lernprozesse zu planen, durchzuführen und zu dokumentieren. Darüber hinaus können Sie auch dazu benutzt werden, die eigenen Kompetenzen und das eigene Wissen im Hinblick auf eine Außenwirkung zu präsentieren. Vom Blog zum E-Portfolio gibt es einen gleitenden Übergang, denn auch ein Blog-System kann dafür benutzt werden, ein E-Portfolio zu erstellen. In E-Portfolio-Systemen wiederum ist häufig vorgesehen, Blogs zu integrieren. Dennoch gibt es Unterschiede. Während beim Blog die Zeitkomponente im Vordergrund steht, sich das Blog also vor allem zur Dokumentation zeitlich-lineare Prozesse eignet und durch seinen Charakter vor allem diese lineare Ordnungsstruktur anbietet, sind E-Portfolios auch für andere Organisationsstrukturen geeignet. Wichtig für eine Methodik zum Einsatz von Blogs und E-Portfolios in der Hochschullehrer ist die Tatsache, dass beide Werkzeuge grundsätzlich selbstgesteuert sind. Dies sollte man den Studierenden von vornherein klar machen. Zwar kann man mit bestimmten Aufgabenstellungen sicherstellen, dass sich die Plattformen mit Inhalt füllen, die Studierenden müssen sich aber selbst darum kümmern, dass ein Blog oder ein E-Portfolio zum individuellen Ausdrucksmittel wird. Denn schließlich soll hier ihre persönliche Entwicklung reflektiert werden. Studierende brauchen einen klaren Rahmen für die Arbeit an Blogs und E-Portfolios, da hier nicht eine einzige Lösung am Ende steht, sondern individuelle Lösungen. Dies gilt vor allem, wenn die Werkzeuge für Prüfungsleistungen benutzt werden sollen. Das wiederum ist meistens notwendig, da die Motivation für freiwillige Leistungen bei den Studierenden häufig sehr gering ist. Lehrende sollten sich allerdings erkundigen, ob Blogs und E-Portfolios in den Studien- und Prüfungsordnungen als Prüfungsleistungen vorgesehen sind. Lehrende sollten klare Vorgaben bezüglich der folgenden Aspekte aufstellen. Allgemeine Aufgabenstellung Den Studierenden soll transparent gemacht werden, wozu die Werkzeuge, die sie benutzen sollen, gut sind und welche Vorteile sie von deren Einsatz haben. Spezifische Aufgabenstellung Einzelne Aufgaben sowohl obligatorischer als auch optionaler Art strukturieren die Inhalte, die die Studierenden erstellen sollen und bieten gleichzeitig Möglichkeiten der Einzelbewertung für den Inhalt und die Ausführung. Bewertungskriterien Einzelaufgaben Welche Kriterien legen die Lehrenden für die Bewertung der einzelnen Produkte an? Dazu muss berücksichtigt werden, dass die Produkte sehr unterschiedlicher Natur sein können und die Kriterien dementsprechend angepasst werden müssen. Texte unterliegen anderen Kriterien als Videos. Bewertungskriterien Gesamtprodukt Das Gesamtprodukt kann laut Klaus Himsel nach folgenden Kriterien bewertet werden. Intensität, Authentizität, Reflexivität Die Studierenden sollen für diesen Bereich beweisen, dass sie die Verknüpfung der einzelnen Produkte sowie die Wichtigkeit der Produkte verstanden haben. Der Fokus in diesem Bereich liegt auf dem Lernprozess. Dokumentation der Kompetenznachweise In diesem Bereich, der vor allem für E-Portfolios eine Rolle spielt, wird die Vollständigkeit der Produkte bewertet, die die Studierenden in einer Lehrveranstaltung erstellt haben. Ästhetik, multimediale Aufbereitung, Kreativität Da ein Blog oder ein E-Portfolio eine Website ist, die sich von einem Papierportfolio grundsätzlich durch die vielfältigen multimedialen Möglichkeiten unterscheidet, sollte auch dieser Bereich in die Bewertung einfließen. Zwei mögliche Einsatzszenarien, die sich für Blogs anbieten, sind Lerntagebücher und die Dokumentation von zeitlich gestreckten Studienelementen wie Praktika, Auslandsaufenthalten oder Experimenten. Lerntagebücher sind besonders geeignet, im Blogformat umgesetzt zu werden, da ihr Prozesscharakter gut abgebildet werden kann. Praktisch jedes Blogsystem wie WordPress, Blogger oder ähnliche Produkte eignen sich für den Einsatz in der Hochschullehre. Bestehen Bedenken von Seiten der Studierenden wegen des Datenschutzes oder des Urheberrechts, so lassen sich die Zugriffsrechte auf die Blogs so einschränken, dass nur die Lehrenden und die Studierenden auf das Blog zugreifen können. Idealerweise bietet die Hochschule ein Blogsystem an, das möglicherweise in ein LMS wie zum Beispiel Elias eingebettet ist. Der Vorteil ist, dass diese Blogs dann grundsätzlich für die Öffentlichkeit gesperrt sind und erst durch den Eingriff der Studierenden freigeschaltet werden müssen. An der Uni Potsdam wird ein System benutzt, das noch spezieller auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten ist, das Online-Lerntagebuch. Hier haben die Lehrenden unter anderem die Möglichkeit, Aufgaben zu jeder Sitzung zu stellen, die die Studierenden dann bearbeiten können. Weitere Vorteile sind für die Studierenden die Vergleichbarkeit mit den Antworten anderer Kursteilnehmenden, für die Lehrenden die schnelle Übersicht über die vorhandenen Beiträge der Kursteilnehmenden. Von Nachteil könnte es eventuell sein, dass man als Benutzer keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild des Blogs hat und sehr an die Vorgaben des Dozenten gebunden ist. Wie schon gesagt, sind Blogs besonders dazu geeignet, zeitliche Prozesse und Entwicklungen aufzuzeigen. E-Portfolios können in vielen unterschiedlichen Einsatzszenarien benutzt werden. Peter Baumgartner hat dazu eine Taxonomie der E-Portfolios aufgestellt. In dieser unterscheidet er zwischen drei Portfolio-Grundtypen, die jeweils einer Person oder einer Organisation zugeordnet werden und entweder Produkt- oder Prozessorientiert sind. Die drei Grundtypen ordnen sich nach dem vorrangigen Ziel des Portfolios, der Reflexion, der Entwicklung oder der Präsentation. Die Unterscheidung bei der Zuordnung bedeutet bei Reflexionsportfolios die Einteilung in Lernportfolios und Beurteilungsportfolios. Lernportfolios geben den Lernenden die Möglichkeit, über ihr Lernen zu reflektieren und die Ergebnisse für sich selbst zu sammeln, verfolgen also einen persönlichen Ansatz. Beurteilungsportfolios bewerten einen Lernprozess oder dessen Ergebnisse und sind deshalb institutionalisiert. Sie können formativ oder summativ eingesetzt werden. Analog unterscheidet Baumgartner bei den Entwicklungsportfolios zwischen persönlichen und institutionalisierten, die ebenfalls jeweils Produkt- oder Prozessorientiert sind. Hier geht es vor allem darum, im beruflichen Bereich Qualifikationen und Kompetenzen zu lokalisieren und zu erweitern. Bei den Präsentationsportfolios geht es darum, Werbung für sich selbst oder für eine Firma zu machen. Der Begriff des Portfolios wird im Bereich des Grafikdesigns genau in dieser Bedeutung benutzt. Häufig vermischen sich die einzelnen Portfoliotypen und zeigen Merkmale mehrerer ihrer Arten. So wird ein Assessment-Portfolio in manchen Fällen sicherlich auch als Selbstvermarktungsportfolio einsetzbar sein, da eine persönliche Komponente immer enthalten ist. Aus Sicht der Hochschullehre sind vor allem vier Portfoliotypen aus dieser Unterscheidung interessant. In einem Lernportfolio können die Lernenden ihren Lernprozess reflektieren. Da diese Art des Portfolios normalerweise nicht bewertet wird, stehen die Studierenden hier nicht unter Druck. Allerdings birgt dies auch die Gefahr, dass das Lernportfolio sehr schnell nicht mehr weitergeführt wird, da es einen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutet. Beurteilungsportfolios Beurteilungsportfolios sind dazu geeignet, die Bewertungslast auf mehrere Anteile zu verteilen. Hier können sowohl die einzelnen Produkte der Lernenden als auch das Portfolio in seiner Gesamtheit bewertet werden. Wie eine solche Bewertung aussehen kann, habe ich ja bereits angesprochen. Entwicklungsportfolios bieten den Studierenden die Möglichkeit, sich eine Übersicht über die bereits erlernten und noch fehlenden Inhalte und Kompetenzen zu erlangen und diese in einer eigenen, für sie sinnvollen Struktur zu ordnen. Dieser Portfoliotyp kann Ihnen helfen, im Studium den Überblick zu behalten. Präsentationsportfolios können auch den Fachgebieten helfen. Hier könnten Lehrende die Produkte ihrer Studierenden sammeln und zu verdeutlichen, welche Kompetenzen und Fähigkeiten im Studium vermittelt werden. Einige Beispiele für den konkreten Einsatz von E-Portfolios sind die Kompetenzportfolios an der Technischen Universität Hamburg-Harburg, bei denen Studierende in einer Kompetenzmatrix ihr Lernen planen und dokumentieren können. Ähnliche Kompetenzmatrizen werden auch in Firmen wie zum Beispiel der Deutschen Telekom benutzt. Ein Modulportfolio, wie es etwa im Lehramtsstudiengang Englisch an der Philipps-Universität Marburg zum Einsatz kommt. Hier werden im Rahmen des Moduls Neue Medien im Unterricht nicht nur zwei verschiedene Sichtweisen auf ein Thema abgedeckt, nämlich die didaktische und die technische, sondern auch die beiden Aspekte in zwei verschiedenen Kursen für ein Portfolio bewertet. Und schließlich das Assessment-Portfolio, wie es an der Donau-Universität Krems zum Einsatz kommt. Einsatzszenarien für Blogs und E-Portfolios gibt es viele. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Video einige Ideen mitgegeben habe, wie Sie diese Werkzeuge in Ihren Lehrveranstaltungen einsetzen können. Schöpfe